hallo liebe let's play freunde willkommen zu einem neuen video ich weiß nicht ob ihr schon gewusst habt aber es gibt ja noch diese funktion wo ihr euer auto fernstarten könnt und auch alle türen aufmachen könnten so was vielleicht kennt ihr es vielleicht auch nicht ihr geht auf euer inventar und ihr seht es schon fahrzeuge genau fernsteuer dann könnt ihr den motor einmal scheinwerfer aus und ihr könnt fahrzeugtüren können die alle öffnen alle also das ist eine kleine sache ich weiß nicht ob ihr die noch gewusst habt ich habe euch mal gezeigt